Wie viel Benzin braucht eigentlich eine Straßenbahn? Straßenbahnen sind sehr umweltfreundlich. Sie brauchen kein Benzin. Busse, Autos und Motorräder brauchen Benzin, damit sie fahren. Das trifft bei unseren Straßenbahnen nicht zu. Vielleicht hast du schon mal was von Elektroautos gehört oder bist sogar selber mit einem mitgefahren. Die werden mit Strom angetrieben, gleich wie unsere Straßenbahnen. Ein Elektroauto muss man immer wieder aufladen, mit einem großen Stecker. Das ist bei unseren Straßenbahnen nicht so, denn wenn du genau hinschaust, siehst du, dass über den Gleisen die Oberleitungen verlegt sind. Und diese werden mit den großen Bügeln am Dach der Straßenbahn, den sogenannten Stromabnehmern, abgenommen und kommen so in die Straßenbahn. Damit kann diese dann fahren. Frag den Hansi, eure Holding Graz.